Fahrzeug dafür man langweiler und der fahrend Typ Shit da versucht wieder hinzukommen verkackt aus dem Weg jetzt komm ich so alles hau rein hallo Mensch da da bist du ja wieder schon wieder mit diesem O-O-C-N-E-Kerr BOOM komm 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 Rubel's fixen he ich hab doch gefixt komisch hab ich's geschafft ja bei mir stand minus elf bei mir stand bei mir stand am Leben minus elf mein Leben ist minus elf höh höh minus elf packt euch mal Dreamix der der gewinnt ja der ist hier so Jungs ich bin auch mal für heute weg haut rein ciao haut rein ciao user disconnected from your channel ich hab Dreamix ich hab ihn hau ihn runter hau ihn runter ja wie und die bring die Flagge in Ziel und ich dass du so sicherlich habe ich hab ein Tau-Truck ist gebo- komm her kleiner Pisser ja los los bumsen runter runter mit dem Typen und tschüss hallo Memphis Memphis weißt wo ich bin? ah ja tschüss super wende jetzt gehen ja los los ich kann nicht glauben was ich bekommen habe was hast du denn? hotdog? ah ich hab's gesehen du hast mich schon gesehen alter ihr seid an Dreamix vorbei gefahren mir egal ich geh zu ich geh zu meinem dragon ich geh zu meinem drachen ja da ist er los oh er brennt er brennt er brennt ich fahre lieber runter auch Hubbe Petroler ja jawoll wir haben ihn und tschüss und wir holen uns jetzt dragon das war knapp Hubbe das war knapp ähm der eine also wenn jetzt Dinis 2008 äh auf dem hey wir haben uns doch hochgeschafft was da wo ich bin ja ja ganz am rand gefahren und der Sandking der ist sowieso so ein Offroadwagen weißt was ich mir gerade gekauft habe? was denn? Sandking ach du willst zu mir kommen oder was? ja 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 Mr.Sus kriegt erstmal Barracks ey der Lund und durch erstmal ID1 diesen Hard We Deal Flow ja oh nö äh der ist viel weiter als ich ja boah nö ich hab den ersten Nute gehauen boah Mr.Sus geht bitte weg nur für den Dänk holen vielen Dank jetzt bin ich erster vielen Dank vielen Dank also ich nein ich hab ihn gar nicht war so der erste ist ein Hacker ja er wurde jetzt gerade gebannt jetzt bin ich erster holo weg da ope gib mir Deckung ope gib mir Deckung ich wollte den Aufhalter was nicht geschafft hallo Memphis na 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 nein zu geil wir können doch über alles reden hä wir können doch über alles reden über was können wir reden mein Freund ja ich liebe den Autoschaff ist ganz bestimmt oh das glaube ich aber schon du Penner das gibt Rache oh zu geil hast du es geschafft geil geil geile scheiße Memphis ist jetzt mein dein Ziel ja Drang gewinnt nicht ne du auch nicht jetzt müssen wir einen Zager killen jetzt müssen wir einen Zager killen jetzt müssen wir einen Zager killen wenn ihr bei mir ist hinten eine Pflanze drin du hast extra einen Saint King gekauft damit ich mich gewinne ja ja scroll den Chat hoch fail the current round will end in 10 minutes äh weiter hoch wo ist Zagra wo ist Zagra wo ist er doch hallo Memphis wo ist der Pizzer na da komm da mit der Karreka nicht oh mein nein komm da mit der Karreka komm da hin Mr.Suz kommt zu mir komm da hin wo Ding war ähhh wo Drang die ganze Zeit weil hier doch Zagra Ok Ok, hör richtig Geld ab Was ist los Trigger? Ja gut Was? Was hast du gesagt? Nix Nix Wie gehts? Bis das ist, ich dachte du wolltest kommen und diesen Zalka holen Ja, dort wo Dragonfire war, weißt du Memphis Ja nee, der ist da mit diesen Barracks LOL geil, ja Das sind Barracks, ich hab ewig halt nicht mehr Sam gespielt Das ist dieses Militär Transportfahrzeug Ja, das was du auch hattest Hattest du nur den ersten Platz verringert Dieser Militär LKW, ja? Nein, ich bin runtergefallen Jawoll, schön gemacht Weil es hier auch irgendeinen an den Arbeiten kam Zero, wo ist der? Aber Hauptsache, der Dragon gewinnt nicht, das ist die Hauptsache, Mann Jungs, der Zero ist auch da drüben Der Zero ist auch da drüben Hallo, Hallo, Bord um Stimmung hier Ja, danke, mich hast du nicht gerissen, dafür stimmt Dreamix jetzt auch Pass auf Jungs, den Zapp noch Wo ist Zapp? Alter Wo ist Zapp und wo ist denn jetzt dieser Zapp? Zapp Zero, der ist dort, wo du auch warst, halt nur auf der anderen Seite Also nicht links oben, sondern da Ah, ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn Lass du erstmal den Zapp holen, dann den Vogel Oh, hier sind so viele Dreckstacker, Alter Er brennt fast, er brennt fast Och, nur fast Gut gesagt, nur fast Ich bin dabei, es zu vervollständigen 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 Ich komm jetzt mit dem schönen Touristen Oh, der hat noch 600 hier Erstmal wieder was trinken Der hat es, der hat es Der hat es Gerade hat mich Thunderbolt angeschrieben Komm her Ey, Mepfels ist der erste mit 10 Sekunden Äh, ne, ich lege gerade ein bisschen Hier geht's nicht, war da ne? Oh, scheiß Wagen, ich bring runter Erstmal wieder Oh, ne, ich kenn die Map Und ich, ich, oh, ich hab's geschafft Scheiße Nein Danke schön Du bist mit dem Fahrrad, Alter Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs, ja? 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 Er hat mich zwar selber gekillt, aber ich hab ihn gekillt Der ist gut Nein Ja, Wolski Nein Wer ist das Polizei-Auto da? Äh Der, wer die Map ist da Soltan, 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 Juhu Das Polizei-Auto sieht ziemlich gut aus, ne? Wie ich mal so sagen Guck dir mal das Polizei-Auto an Ich bin aus der Camper-Position, dieser Map Ich bin bei ihm, ich schubs ihn grad runter Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü!! A8 His tut. Kannste doch nicht benutzen als Rampe. Ich bin ganz oben, ich bin ganz oben, Ich ben ganz oben Butter. Ich will zwar nicht zahlen, aber ich bin hier oben am Start. Ja ich bin die zweite Rampe hier. Ja ich bin hier fürs benutzen. Ich bin da wo das Polizei oder vorhin war. Da komme ich hin man Warte. Mr. Suiss ich bin über dir. Ich kann soweit nicht hoch schauen. Ah Hi! Mr.Swiss, ich komme, warte! Peace, Mr.Swiss! Peace! Ach fuck, da hat mich der Penner mit seinem Minderpennus erwischt. Mich kriegst du hier voll nicht runter, ne? Weil ich steh hinter dir. Ey, lass doch einfach Team machen, was wird dir los? Nein, aber du, okay, ich bin vor dir, das ist gut. So roll. Loll, ich bin Outro! Wie im X, ne? Wie im Behindert bist du denn da gelandet? Ey Mr.Swiss, du bist voll vor mir, ne? Also du bist einen Platz über mir. Ja, ich weiß, deshalb hab ich ja... Hallo Ober, hallo Mesa! Darfst du das nicht, doch? Das ist wegen der Schwung. Ja, mit dem Dingens, wie schaff ich das eh nicht? Ich hab mir die Recher... So, gleich Mesa runter. Ja, mit der Karre schaff ich das auch, ja? Warte, ey. Erstmal Kino-Camp, damit wir was Vernünftiges sehen. Oh, nee, Funky Blackheads versaut die Rampe hier. Unter uns ist auch noch einer. Ach, komm Drehmann, wir schieben mit ihm zur Seite. Ich hab ihn runtergekickt. Jo, wenn du das los machst, komm noch ein bisschen weiter zu mir, ich hab ihm diesen Platz gemacht. Nein, ich bleib hier. Aber dann geschwinkt, ja, ich stimmte alle doch. Oh, wir müssen irgendwie Anlauf nehmen hier. Oh, wir sind mit nur noch Kutter und Fuß, ey, ey. You failed! Hallo Dreamix, nein! Bad, bro. Jetzt war diesen Dreamix, nein! You failed, again! Ich wollt mit den Dreamix holen. Ja, map! Beep, beep! Jetzt muss nur noch jemand diesen Partnerriss und den Alexander... ...lohnut... ...flap machen. Hallo! Hi! Wie geht's? Gemütlich hier. Hallöken! Noch! Noch so'n Vogel! Runter, runter, runter! Ey, wir sind ein Team, wir sind ein Team, oder, Leute? Wir sind ein Team! Wir sind ein Team, wir sind ein Team, oder, Leute? Wir sind ein Team! Wir sind ein Team, Leute! Wir sind die Polizei! Wir sind ein Team, Leute! Der Freund und... Juhu! Dein Freund und Helfer geht ja fliegen! Seid ihr mies, Alter! Ich beschütz euch! Wir haben hier voll das Dreieck, ey! Wir haben hier voll das Dreieck, ey! Wir sind das Mütter-Dreieck! Wir sind das Mütter-Dreieck! Ja, ist so! Er war gar keine schlechte Idee, eigentlich! So, Dreieck, ich komme! Jetzt muss nur noch jemand jetzt ein Alexander... Alexander, äh, killen! Dreieck! Dann ist... No, Dreieck! Ey, Dragon, wie Sekunden hast du? Ähm... 56! Wo ist die da? Hö, Leute! Aaaaah, Dreieck ist tot! Ja, das ist schlecht, weil drei von uns sind ja schon ein Ding, ne? Ich glaube, Re agents und Maffit sind die Einstieg parameters da draußen! Ich würde mal sagen, gleich seid ihr auch draußen! Hä? Wieso bin ich nur Dritter? Ja! Weil die anderen noch mehr haben, ja? Undanzehlt 방her nicht... Aber ich war vorhin Zweiler! Ne, du warst nicht Zweiler... Oh, da kommt einer! Fuck! You FAILS! Ja, der ist nicht schnell genug hier! MrSwist,, du hast aber noch Slashfix, oder? Ja ja... Ich spaß mir auf! Hör auf! Daneben! Yes! Ey! Hör auf! Entschuldigung! Aber ich kann mich irgendwie nicht drehen, ja? Ja mach! Versuch mich da mal durchzudrücken! Warum? Ich bin irgendwie dazwischen noch so! Die zwei Typen sollen noch abkratzen! Ich kann's für euch machen, mach ich aber nicht! Remix machst du für uns! Egal, wir sind, wir sind, ich bin dritt für uns! Remix chillt unter uns, ja? Auch GG! Ne, ich bin Strom! Ach so! Hehehe! Oh, läuft doch! Das ist ja nicht echt ne chillige Runde! Da kommt der! Nein! Heil dich, schnell! Heil dich! Nein, fuck! Jawoll, gut! Ich bin tot, ne? Puh! Gut gemacht! Nein! Runter von mir! Was soll'n das? Wer noch nicht? Wir wollen hier keine Besuche! Wir kaufen nix! Jawoll! Ich bin tot, habt ihr's gemerkt? Ja! Ja! Jetzt steht noch ein Motorrad! Ich weiß, ich komm jetzt! Ii! Oh, du bist ja schon blau! Lo-loi! Na, meine Freunde! Na, meine Freunde! Nein! Ich! Tschüss, weg mit dir Ja, haha Weg mit dir! Tschüi-lililu! Nimmhi! Irgendwann hol' ich dich dann Dragon-Alte. Hast du noch noch nen Repair noch? Ja na klar! Dann hol' ich mich ruß! Tu, halt. Wie auch immer du das mit diesem Sultan geschafft hast, hier hinzukommen, aber bin ich mit einverstanden. Ja, scheiße. Okay, ich hab die Runde total verkackt. Da kommt er, da kommt Patrice, ja? NEIN! Du Pisser! Du Pisser, Mann! Jetzt versperren die die Rampe, die sollen uns dann weggehen. Wir haben ein Schutzschild verloren. Niko hat mich angeschrieben, aber ich kann warten. Was? Ich bin vom Motorrad gefallen! Jawoll! Ja, Drang, aber du gewinnst eh nicht, du bist Fünfter, Mann. Egal, hauptsache ich bin hier, ja? Mach mal Platz, mach mal lieber Platz! Ich hab Platz, ja? Oh, 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 oh! Hallo, Hubel! Tschüss, Hubel! Oh, Leute, ich flieg auf die Autobahn gerade! So! Bis als du willst! Weg! Hauhuuu! Gut! Mit dem Fall hast du es ja fast geschafft! Ja, ja! Ich war einen Millimeter entfernt, es zu schaffen! Ja! Ja, okay, der hat eh gewonnen, gut! Wer kommt denn da? Jawoll! Bring her! So, jetzt mal gucken, was der liebe Nico von mir will! Ey, die sollen mal den Mond wieder anmachen, Mond-Gravity! Geh, geh, geh! Ey, Memphis, du weißt wohin, oder? Hä? Hallo, Mason! Du weißt diese Map, wohin! Ja, warum? Und tschüss! Nein! Nein! Es lesen und GTA zocken passt nicht so wirklich! Doch, find ich perfekt! Mach mal ein bisschen Platz da! Ja! Ja, geil! Ich, ich camp jetzt hier! Jetzt, jetzt kriegt das Wort Camper eine ganz neue Bedeutung! Ach, das Flip! Oh! Egal, beides wird geused, aber egal! Ich nicht, ich hab nur eins abused! Ja, ich bin irgendwie... Hab zu spät Flip eingegeben, hab das ewig gefunden! Ja, passt schon! Komisch, du bist vierter, aber wir haben die gleiche Sekunde, als ich bin erster! Ich hab jetzt F gedrückt, ich hab keinen Bock hier nur zu campen! Ja, ich und, äh, Memphis haben die perfekte Camp-Pose! Ja, wir fahren ja auch ganz weit rum! Hallo, Mason! Hi! Da, Geister! Du kannst mir nicht entkommen! Glaubst du! Ich bin ein Endforcer! Mir kommt es niemals! Wenn du mit dem Weihnachtsmann fährst! Aber was passiert, wenn ich den abkomme? Okay, kommt noch nicht so weit! Dann mach ich das hier! So, wer weh? Ich hab dich verloren! Oh, du liebst nichts! Ja! Ich weiß, ich weiß, wieso du mich verloren hast, aber... Noch einer! Weißt du, wegen Skill! Ja, Bestapler! Ach, jetzt weiß ich, wo ihr kämmt! Da, ja, versuch's wieder! Stimmt, ja, jetzt weiß ich wieder, wo ihr kämmt! Ich hab'n Card, ich hab'n Go-Card! Go-Card! Reigen, komm her! Äh, Sackgasse! Ey, Mason kann ja auch hinkommen, wenn er'n Card hat! Ey, Mason, siehst du so'n Gabelstapler? Nö! Warte, ich kill den Gabelstapler mal! Batsch! Oh, mein Finger! Geh weg, Gabelstapler! Also, auf und haust's drauf oder irgendwie drunter? Nee, nee, komm mal zum Spawn, komm mal zum Spawn! Gold ist Vertigo, ey! Ja, Vertigo kann ich mehr gewinnen, als ich vorher da bin! Wir sind hier! Warte, ich steck fest, ja? Oh, Saga ist drin! Alter, guck! Hier drin! Hier in die Ritze kannst du reinfahren, ja? Wo bist du denn hin, ja? Ich bin runtergefallen, gefallen. Ja, komm wieder hier hin, ja? Hier, guck hier ist so ne Ritze, hier kannst du rein! Hallo! Saga will uns killen! Saga will uns killen! Wir blocken den, dass du nix mehr machen kannst, komm blocken! Okay! Jetzt kann er nix mehr machen, Mann! Er blockiert den Eingang, das ist gut! ich wollte ja das ist hier der partykeller es ist nicht locken wir einfach beide das gleiche fahrzeug ab der memphis und und remix alle haben beide washington ich hab kein fix mehr glück gehabt jetzt nicht den eingang versperren hier kommt ja dann warte ich dreh mich ja wer versperrt mir in den weg also ist mir nicht ja immer ein bisschen zurück der wettbewerb der märz wird er mit seinem karte die märz wird sogar noch besser kämpfen ein auswischen und ein auswischen und oh jesus der eine reise der einigungsloser war vorhin darüber noch mal der dinge ist auf jeden fall geworden ob wir gewinnen wenn es eine mit dem hotdog wagen naja ne woge ich mir weiter geht nicht in der memphis gewinnt das wir haben alle die gleichen sekunden wir gewinnen alle gleiche ich würde so feiern Wenn jetzt einer reinfährt und euch alle killt Oh ja, ich auch, darum komm ich jetzt zu dir her Wir blocken den Aufgang hier Memphis reicht schon alleine zu Ich fahr dann ganz schnell rückwärts einfach Ja, ist so Ich seh ja, wenn hier einer reinfahren will Oh fuck, du brennst, heil dich, jawoll Doch, ich müsste das los Ich wollte hier nur noch schnell ein... Komm, wir schließen Obedom aus jetzt, töten Oh, pass auf Polizei Geh dann Festhalten, festhalten Deckung, Deckung Ja, ich bin aber weg, man sieht sich Jo, okay, ciao Der will uns hier drin umbringen, ne Ey, habt ihr fix bereit Woher fährst du denn, ja? Nee, ich hab nicht fix bereit Ich hab den ultimativen Camp Point Ja, den meinte ich auch Warte, wo bist du da? Hier unten ist noch Riccardo Dumm tudumtudumt Da ist ein richtiger Wichser, alter Probulum, geh weg, geh weg, komm jetzt bitte Ey, geht trotzdem weiter auf mich, diese B... Der will sich ja explodieren lassen Seht dann alle sterben Warum kommst du nicht eigentlich früher auf die Idee, Meister? Was? Ja, da reinzufahren. Ich hab's nicht gesehen. Ich komm da leider nicht durch, meine Motorhaube ist zu dick. Ja, bei uns. Leider ist meine Motorhaube zu dick, ich komm da nicht durch, ich hab bumm gemacht. Rang ein bisschen weg, ich renne eh gleich, ne? Ich hab kein Fix mehr Rally. Ich beschütze mich mit meinem Leben, also ich bin durch. Ja, ich hab auch kein Fix mehr bereit. Ich auch nicht, ja? 6 Stunden 76 HP. Ich hab noch 440. 678 HP. Ja, komm, noch mal, sag, komm, noch mal. Alter, wenn das kommt dann... Ja, komm nicht hier rein, ich kann so sagen, ne? Ja, wir machen noch diese Runde fertig und dann würde ich sagen, Aufnahme fertig, ne? Ja, da muss ich auch gehen, ne? Ja, ich auch. Wie spät haben wir überhaupt? 11. Oh, 11. Ja, geht fit. Also nicht 11 Uhr morgens, ne? Oh. Schade. Gut, ne, das war sehr gut. Okay, wir holten's jetzt, Hobi, du. Ne, das war schlecht. Bist du eigentlich morgen zum Start auch dabei, Meister? Äh, ja, ich muss noch ein bisschen Überzeugungskünste bei meinen Eltern machen, weil die wollen mich irgendwo hinschleppen morgen Abend. Oh, okay. Oh, das ist doch ein... Jetzt muss ich eh den Grund aus, äh, äh, herausfinden, um, äh, dass ich da nicht mit muss. Ja. Krieg schon hin. 30 Sekunden. Drang beschützt mich mit deinem Leben. Wie soll ich das denn machen, Herr? Du dummer Bob! Sag denen, du musst Hardcore-Scheißen gehen. Und geh einfach aus der Reste nicht mehr raus, bis die gehen müssen. Also klar, Drang, ne? Das ist mir grad so eingefallen. Ich wollte dich da noch einmal killen, bevor du gewinnst, ne? Ey, das war mir klar, ne? Ich denk mir so... Scheiß, jetzt, jetzt weiß ich Drang wieder. Ja, weiß ich Drang wieder. Nicht killen! Nicht killen! Nicht killen! Ich will auch nicht killen. Fuck dich! Zumindest hab ich mein Ziel erfüllt, auch wenn ich auch gestorben bin, ne? Aber mein Ziel hab ich erfüllt, ne? Das, ich... Er hat mich auch grad... Jawoll! Wir sind dritter! Wir sind dritter! Wir sind dritter! Bitches! Und jetzt hab ich auch ein Motorrad. Jetzt könnt ich auch dazu hier kommen, wie gesagt, ja? Er hat mir extra einen Cut gekauft und dann ist die Runde zu Ende. Wird mich verarschen. Gut, ich würd sagen, das war's, äh, von diesem Let's Fun, äh, Gedönse, S-A-M-P. Und... Ja, man sieht sich beim Server-Start. Von... Er ist so. Go! Tschö! Tschö! Tschö!